Hoffmann Neopack Hoffmann Neopack – seit 120 Jahren ein unabhängiges und modernes Familienunternehmen im Herzen Europas. Mit einzigartigen Verpackungen schaffen wir Mehrwerte für unsere Kunden. Gemeinsam entwickeln und produzieren wir innovative Tuben und hochwertige Metalldosen. Wir sind erfolgreich, weil wir über sehr gute Mitarbeiter verfügen, weil wir uns auf weniges konzentrieren, weil wir uns global ausrichten und weil wir uns stetig verbessern. Neopack – weltweit führender Hersteller von Polyfoil-Tuben für die Dental-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Hier werden hochwertige, pharma-spezifische Produktionsbedingungen konsequent umgesetzt. Hoffmann – führend in der Herstellung von viereckigen und runden Taschenverpackungen aus Metall für die Tabak- und Süßwarenindustrie. Im europäischen Markt das Unternehmen für kundenspezifische Neuentwicklungen.